Herzlich willkommen zum Podcast Raubfischangeln richtig lernen. Mein Name ist Philipp Feist und ich bin Dr. Eisenfeist. Viele kennen mich von Zanderkant, aus meiner Rolle als geschäftsführender Gesellschafter, der auf dem öffentlichen YouTube-Kanal zu sehen ist. Und darüber hinaus entwickle ich alle Produkte für Zanderkant nach meinen Vorstellungen und stelle euch diese im Online-Shop unter zanderkant-shop.de zur Verfügung. Des Weiteren entwickle ich und vertreibe ich Aluminium-Angelboote der Marken Skylar und Bolt. Meine Mission ist es dir dabei zu helfen, deine Erfolge beim Angeln auf Zander, Hecht und Barsch nachhaltig zu verbessern, um auch in egal welcher Situation am Wasser die richtige Entscheidung zu treffen. Du lernst das Verhalten deines Zielfisches zu verstehen, am richtigen Spot zu angeln und die richtigen Techniken anzuwenden, um deine wertvolle Angelzeit auch endlich effektiv zu nutzen. Du bist interessierter Raubfischangler, bist auch ab und an erfolgreich, aber bist dir unsicher, ob du wirklich alles richtig machst oder deine Fänge einfach nur reiner Zufall sind? Du weißt nicht, ob du an der richtigen Stelle stehst, den richtigen Köder angelst und ob deine Köderführung auch wirklich den Zander, Hecht oder Barsch anspricht? All deine Unsicherheiten greife ich auf in diesem Podcast und gebe dir das Vertrauen, das du brauchst, um regelmäßig deinen Zielfisch zu fangen. Von mir bekommst du Fakten und Fachwissen aus mehr als 20 Jahren Erfahrung im Raubfischangeln und ich bringe dir bei, wie sich Zander, Hechte und Barsche verhalten und wie du diese richtig befischst. In diesem Podcast bekommst du regelmäßig Tipps zum Thema Raubfischangeln, die du egal in welchem Gewässer anwenden kannst. Und die sind richtig gut. Also richtig gut. Also jetzt Kanal abonnieren und dann hören wir uns im nächsten Podcast. Dickes Petri, dein Dr. Eisenfeist.